Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja Leute, neuer Tag, neues Video, XRP Deutschland ist wieder mal am Start, jetzt Familie Zusammenführung ist wieder mal. Luis ist wieder mal am Start, ich bin hier und ihr seid zum Glück auch hinterm Bildschirm. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten eiskalt, richtig zack zack, denn wir haben einiges. Ein ehemaliger Whipple Manager sagt, ja, XRP Bestände könnten verbrennt werden, ne? Also da könnte einiges passieren. Er sagt auch die Gründe, das schauen wir uns an, abgesehen davon haben wir mitbekommen. Binance, vielleicht ziehen die jetzt nach Großbritannien und wir wissen, Whipple könnte vielleicht auch wegziehen. Coinbase hat da auch irgendwas gesagt. Ja, warum ziehen alle weg von Amerika? Das klären wir und vieles mehr, Luis. Ich habe hier so viel, aber wir wollen jetzt nicht alles jetzt hier besprechen. Wir besprechen das alles einfach mal im Video. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und die Familie XRP Deutschland zu festigen, abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken auf Gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. Ja, erstmal einen großen Dank an alle Leute, die mir einen schönen Urlaub gewünscht haben. Die Sinan auch während der Zeit so gut unterstützt haben. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall wieder vereint und ja, wieder wie gewohnt gibt es hier XRP News. Und ich würde sagen, wir starten hier direkt mit Ripple vs. SEC. Und zwar Ripple Legal Officer zitiert 77 Jahre alte Klage, um die Behauptung der SEC in der XRP-Klage zu entlarven. Und hier haben wir noch ein paar Details dazu. Und zwar der 77 Jahre alte Howey-Fall und seine Auswirkungen auf die Haltung der SEC. In dem 77 Jahre alten Howey-Fall zwischen der SEC und Howey argumentierte der SEC, dass Investitionen in ein gemeinsames Unternehmen unnötig seien, wenn bereits eine Interessengemeinschaft etabliert worden sei. Dieses Argument wurde jedoch von oberstem Gerichtshof nicht akzeptiert. In seinem Tweet wies Aldo Woti darauf hin, dass die SEC jetzt falsch liegt, so wie sie auch damals falsch lagen. Es ist ja so, mit den Howey-Tests, das ist ja sowieso richtig verrückt. Und wir wissen auch, die Gesetze in Amerika sind, ja, richtig, richtig oldschool und haben nichts mehr mit der neuen Zeit zu tun. Und dass die immer noch jetzt hier sagen, ja, wir machen einen Howey-Test und sowas alles, ja, für mich, ich verstehe das einfach nicht. Und sein Argument konzentriert sich auf die Tatsache, dass gemeinsame Interesse und gemeinsames Unternehmen unähnlich seien. Und es absolut falsch sei, dass die SEC behauptet, dass alle XRP-Inhaber an einem gewöhnlichen Unternehmen beteiligt seien. Also da sind wirklich noch sehr, sehr viele Dinge offen. Wie gesagt, wie Sina gerade gesagt hat, mit dem Howey-Test, das ist alles unglaublich, wie hier steht, 77 Jahre alt. Darauf beruft man sich. Und ja, natürlich, Leute, wo soll das alles noch hinführen? Aber ich denke, wir sind nicht mehr weit entfernt. Das ist auch sehr interessant, Luis. Und darüber habe ich jetzt die letzte Zeit schon öfters was mitbekommen. Und ehemaliger Ripple-Manager sagt, dass Ripple seine XRP-Bestände verbrennen könnte. Hier ist der Grund. Und zwar geht es um die ganze Geschichte mit dem Escrow, mit dem Treuhandskonto. Wer sich da nochmal für die Geschichte genau interessiert, wir können auch nochmal ein Video zu verlinken. Wir haben ja ein Buch mit ChatGPT zusammengeschrieben. Und da haben wir auch ein Kapitel, ja, Treuhandskonto, Escrow. Und haben da extra ein Video zu gemacht. Aber nochmal speziell dazu gab es da noch eine Diskussion, was mit den XRP passiert, die in Zukunft in der treuhänderischen Verwaltung sind. Und da das Unternehmen diese Vermögenswerte treuhänderisch hält, um den Markt auszugleichen, kontrolliert es ein erhebliches Angebot des Tokens. Was dem Unternehmen weitgehend einen großen Anteil an den Token verschafft und somit das gemeinsame Unternehmensargument der Marktregelierungsbehörde festigt. Mit vielen Ideen, was das Urteil von Richterin Towers mit sich bringt, könnte sich Matt Hamilton, ein ehemaliger Ripple-Manager, in das Gespräch einschalten. Und ihm zufolge sollten die treuhänderischen Verwaltenden XRP an eine bestimmte Adresse gesendet werden. Und das Unternehmen könnte den Hauptschlüssel zu dieser bestimmten Wallet deaktivieren. Sollte dies geschehen, sind die Gelder für niemanden zugänglich. Selbst wenn die Gelder auf das Treuhandkonto freigeben werden, nach den üblichen Modalitäten der Kryptoverbrennung, kann sich dies schließlich abspielen. Und Hamilton fasste seinen Standpunkt in eine Argumentation zusammen und sagte nochmal zum Schluss, Ripple könnte gerade jetzt öffentlich und wahrscheinlich sein gesamtes zukünftiges Treuhandskonto für sich selbst unzugänglich machen. Und ja, in jeder Hinsicht verbrennen sie. Ja, die Frage ist jetzt, wird Ripple, also sowieso ganz kleiner Teil XRP, werden sowieso verbrannt. Aber was ist, wenn die jetzt wirklich so eine große Summe verbrennen? Was passiert dann mit Ripple XRP? Okay, gehen wir dann zu Sumun, gehen wir nicht zu Sumun? Und die Leute fragen sich immer wieder, ich habe es jetzt bei anderen Gruppen auch mitbekommen, dass die immer wieder sprechen, dass Verbrennungen die Lösung sind. Aber ist das wirklich die Lösung bei uns? Braucht Ripple nicht die ganzen XRP für ihre Zwecke, für ihre Sachen, die sie machen wollen mit den Banken? Für ODL und sowas alles, also das ist, ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist, wenn jetzt XRPs verbrannt werden, da könnt ihr gerne auch was dazu sagen. Ja, nur hier, wie gesagt, hier steht es nochmal, also quasi verbrannt, also es ist einfach nur unzugänglich für Ripple gemacht. Auf jeden Fall, dass David Schwarz einmal gefragt wurde auf Twitter und er hat gesagt, ja, es könnte irgendwann mal vielleicht wirklich passieren, dass sowas passiert, dass wirklich XRPs verbrannt werden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich kommt und jetzt sind, wie gesagt, unsere Zuschauer gefragt, was die davon halten. Seid ihr der Meinung, XRPs sollten verbrannt werden, eingeschlossen werden oder sonstiges? Man kann das Kind nennen, wie man will, aber am Ende des Tages sollen ja XRPs in ein Konto gehen, wo keiner Zugriff zu hat. XRP von Ripple, XRM von Stellar Lumens und Miota von IOTA, die einzigen Kryptos, die die SWIFT-Integration auf dem Milliardenmarkt ermöglichen. XRP, XRM und IOTA sind drei Kryptowährungen mit gebrauchsfertiger Technologie für Zahlung. Der technologische Fortschritt hat diesen Coins zu den Favoriten der Nutzung von SWIFT in den neuen Märkten gemacht. Und Leute, das ist das, was wir immer wieder sagen. Wir haben hier Projekte, die vielleicht nicht den größten Hype haben. Und natürlich, klar, hat XRP auch einen großen Hype, aber die jetzt nicht so wie zum Beispiel Solana, sondern so einen Megapush durch die Decke schießen und dann komplett überfordert sind, sondern erstmal Stück für Stück die Technologie entwickeln, bis das irgendwann genutzt werden kann. Weil wir wissen, große Banken, große Institutionen, auch sowas wie SWIFT, gerade im Bankenbereich, wir brauchen da Sicherheit. Was bringt uns ein System, was natürlich mega schnell läuft, aber dann schon zehn Ausfälle hat? Das macht ja keinen Sinn. Wir brauchen ein System, was schnell und sicher läuft und was auf jeden Fall wie Ripple zum Beispiel eine hundertprozentige One-Time hat. Und wir haben da wirklich auch Projekte wie, viele sind von enttäuscht, von XRP enttäuscht, von IOTA enttäuscht. Und ich glaube wirklich, dass das alles schlafende Riesen sind, die wirklich, wenn wir richtige Regularien haben, wenn wir den Markt, wenn wir die Anwendung sehen, dass Projekte sind, die wirklich alles auseinandernehmen werden und dann alles in den Schatten stellen werden. Und wo sich dann alle auf jeden Fall umgucken werden und denken, oh scheiße, warum habe ich da nicht rein investiert? Ja Leute, nicht nur Ripple, nicht nur Coinbase, jetzt auch Binance strebt wegen Verwirrung in den USA Regularien in Großbritannien an. Wir haben jetzt schon in den letzten Tagen Nachrichten gehabt, wie von Ripple, dass die mir überlegen, ihren Hauptsitz nach Dubai zu verlegen. Da wurde ja in den letzten Monaten schon lange drüber gemunkelt. Hätte ich jetzt persönlich noch nicht gedacht. Genau wie Coinbase ist es auch am überlegen. Coinbase, Ripple, die Führungen haben sich in letzter Zeit öfters getroffen und haben, denke ich mal, nach vernünftigen Lösungen gesucht und vielleicht auch jetzt gefunden. Wir wissen, die Messe von Ripple, die Swell, die findet eigentlich jedes Jahr in London statt und die wurde auch verschoben und findet jetzt nicht mehr in London statt. Also es sind wirklich krasse Dinge, die da passieren. Und jetzt hier auch Binance nach Großbritannien. Also sehr interessant, Leute, wo die ganze Reise hingeht. Und ja, erschreckt mich auf jeden Fall ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber... Wieso wollen alle jetzt auf einmal weg von Amerika? Also sind das nur Drungen? Dass die SEC mal hier mal klarkommen soll und mal vielleicht noch Ruck? Passt auf. Entweder ihr verändert euch und wir kriegen Klarheiten oder wir verlassen das Land. Sind das nur Drungen oder wird das wirklich so stattfinden, ist hier die Frage. Und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die jetzt Amerika verlassen würden und so. Und da hätte ich mir schon vor Jahren gewünscht, dass sie alle Amerika verlassen. Klar ist Amerika, was Krypto angeht und sowas angeht, eine Großmacht und das hat sehr viel wirtschaftlich auch zu bedeuten. Aber anscheinend ist Amerika nicht bereit für solche Unternehmen wie Binance, Coinbase, Whipple und so zu sorgen. Da gibt es nur Stress und die wollen nur Gelder machen, nur unnötige Gesetze. Wir haben ja vorhin noch gesprochen hier, dass es auf jeden Fall ein 77 Jahre alter Howie-Test, der 77 Jahre alt ist, entscheiden soll, was Wertpapier ist und was nicht. Und das ist schon zu krass. Ja, das ist alles, wie ich es mir vorstellen kann. Also schreibt es mal in den Kommentaren, wie ihr das seht, ob ihr das ähnlich seht wie ich. Also ich kann es mir einfach nur vorstellen, dass halt wirklich eine ausstrebende Großmacht mit China, abstrebende Großmacht mit Amerika. Es passiert gerade sehr, sehr viel auf der Welt. Viele verlassen gerade einfach das sinkende Schiff. Europa sieht auch nicht sehr rosig aus. Also wir müssen einfach gucken. Wir haben einen Paradigmenwechsel, einen großen Zeitwendewechsel. Und da wird in den nächsten Jahren vieles passieren, sich vieles verändern. Eine industrielle Revolution und was weiß ich, da noch alles auf uns zukommt. Deswegen, wir müssen einfach ein bisschen in die Zukunft gucken, Moral weglassen, versuchen, dass wir durch diese ganze Geschichte vielleicht Geld verdienen und dadurch uns ein schönes Leben machen, weil ja, sonst wird es, wenn wir Pech haben, schwierig. Guck mal, aber Binance, die schon länger dabei sind, wissen es, dass Binance Probleme hatte mit dem ganzen Markt und dann hieß es, ja, in Europa Binance soll verboten werden. Da gab es doch mit SEPA und sowas alles einen Skandal. Und die haben das innerhalb ein paar Wochen in England auf jeden Fall geschafft, dass sie reguliert wurden und dass die Klarheiten hatten. Und jetzt sagen die, hey, anscheinend geht das in solche Länder wie England und so, so einfach, da machen wir einfach mal unsere Zentrale dahin. Selbst wir haben jetzt die Mika, also Regularien sind wichtig, viele wollen es nicht haben. Aber ich kann es immer nur wieder betonen, gerade für uns, wenn wir, sagen wir mal, Anwendungen sehen wollen, wenn die großen Gelder, das Big Money in den Markt fließen soll, dann brauchen wir Anwendungen und da kommen wir leider nicht drum rum. Ich habe gerade unten, als wir das hier gelesen haben, unten gesehen, hier AI-Dodge und da habe ich noch diesen Artikel entdeckt gehabt, dass Ripple-Kursprognose, Top Trader sieht 810% Kurspotenzial, aber trotzdem kaufen die Investoren anscheinend AI-Dodge statt XRP zur Zeit. Und darüber wollte ich sprechen. Alles, was AI jetzt zu tun hat, in aller Munde, AI und Meme-Coins sind auf jeden Fall in aller Munde. Und hier ist auf jeden Fall AI-Deutsch. Für jeden, der es interessiert, ich habe jetzt, als Luis weg war, auf einem zweiten Kanal, habe ich mir das Projekt komplett angesehen. Ich habe dazu ein Video gemacht und ist sehr, sehr günstig noch. Und für alle, die noch, sag ich mal, Hundefreunde sind und vor allem alle, die KI cool finden und so ein Meme-Coin wollen mit AI zusammen, da ist AI-Dodge vielleicht das Passende für euch. Ja, ich muss ganz klar nochmal wieder erwähnen, natürlich den Disclaimer, das sind alles Projekte, ICO-Projekte, die hoch riskant sind und dass man natürlich immer aufpasst. Man muss ganz klar mal sagen, man kann gerade zu den schwierigen Zeiten viel mit Trading machen, viel mit Meme-Coins machen, aber auch genauso viel, wenn nicht sogar besser, Geld verlieren und das muss man immer im Hinterkopf halten. Deswegen, passt auf, macht vielleicht ein bisschen Spielgeld in Projekte, versucht natürlich dadurch ein bisschen vernünftig zu traden, wenn ihr es natürlich könnt. Und wie gesagt, für alle, die sich dafür dann interessieren, haben wir dann weitere Videos auf unserem zweiten Kanal, wo wir alle möglichen Projekte behandeln, ICOs, wirklich auch normale Projekte wie Quant, wie Algorand und so weiter, Krypto-News raushauen. Deswegen, schaut auf jeden Fall mal vorbei, wir haben alles Mögliche da. Aber hier gibt es natürlich, wie immer, unsere XRP-News. So, Luis, auf jeden Fall war das cool, wieder mal dich hier zu begrüßen. Ja, wo ist die Konfetti-Kanone hier? Ja, die Konfetti-Kanone ist jetzt nicht am Start, aber vielleicht, wenn die Klage vorbei ist. Wir haben da noch ein paar Konfetti-Kanonen da vorne. Kann sein oder so. Ja, doch, da haben wir noch welche. Als du weg warst, habe ich hier ein bisschen gestaubsaugt und habe da noch welche entdeckt, auf jeden Fall. Genau, die Konfetti-Kanonen nur bei Klageende oder wenn wir, ja, 15k haben, wenn die Abonnenten wieder mal hochgehen. Und erstmal danke dafür. Danke fürs Zuschauen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken auf Gefällt mir. Ja, schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr von den News haltet, wie ihr die ganze Geschichte seht. Und ja, danke auf jeden Fall für eure ganze Unterstützung, Leute. Werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite in diesem Sinne, Leute. Haut rein, Leute. Und wie es weitergeht, das erfährst du täglich hier. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang. Bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt. Und unser Kurs sich wie Phönix von der Arsche trennt.